Ich finde es wichtig, dass ich immer ein bisschen Challenge habe und wenn man dann das Resultat sieht, dass es eben nachher funktioniert, ist es mit Menschen oder mit Maschinen. Das ist einfach etwas, das mich erfüllt. Ich bin Sabrina Wirsch und studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Sankale. Ich liebe einfach den Geruch von Metall, wie man in einer Werkstatt hineinläuft. Metall ist so schönes Material, das man bearbeiten kann. Man kann sehr präzise arbeiten und die Präzision finde ich etwas extrem faszinierendes. Wirtschaftsingenieurin ist für mich eine super Verbindung, dass man eben genau alles betrachtet und nicht nur den wirtschaftlichen Aspekten. Ich finde es wichtig, wenn ich in einem industriellen Unternehmen tätig bin, dass ich weiss, von was ich rede, dass ich die Technik auch verstehe. Angefangen habe ich als einfache Wohnenmechanikerin. Ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich dann noch mit Leuten Gespräche geführt habe, dass ich nicht verstanden habe, über was das redet. Jetzt in der FH habe ich gute Tools bekommen, damit ich sie auch anwenden und verstehe. Ich weiss, wie es ist, wenn man hier arbeitet und ich will weitergehen und schaue, was mich hinführt, mit dem Ziel, dass ich gerne in einer Geschäftsleitung arbeiten würde, in einem grossen Unternehmen. In einemести Unternehmen, die mir nicht mehr bitte viel, weil ich nicht mehr Ich hoffe, dass ich nicht mehr, es nicht mehr, wenn ich festine diese hänge,Make-Manier, mich bin oder wo ich verabkommen, wo es So lange im Moment, wo ich es mir ein bisschen mehr, ich bin. Ich bin so viel zu viel, weil ich bin so viel zu viel, dass ich es mich Wirklichkeit ist ganz gut.